so da sind wir wieder ich kann wieder lag frei arbeiten auch mit dem standard mit meinem texture pack hier dieses verfickte skype meinte doch unbedingt ein update machen zu müssen während wir am aufnehmen sind arschloch wozu schreibe ich in meine away dass ich gerade am aufnehmen als ob das skype interessieren würde und daher wohl auch illusionen haben da kommt jetzt die decke rein flop heißt das wie hoch muss ich da die da die da und wir haben wieder was vergessen ja ist egal vergessen deshalb aber es zu doch echt gut wenn es geregnet hat und absatzuli wenn es geregelt geregnet hat lapis lazuli das ist dann richtig schön kühl ist doch das hat definitiv was für sich ja wundert euch ich muss hier meine treppe kommen sieben copies ich habe dann mehr als ja ich habe mehr als genug copies und erst mal gefahren sind der mine erinnert die mini ja schon ihren ersten zweck erfüllt coblee's farm ich habe aber auch eine menge jetzt die hopp die hopp die hopp warte mal das ist der bonus heißt dass den comeback das heißt die höhe reicht okay wie jetzt lakritz ja ich bin unsicher wie mache ich daten jetzt da kommt noch eine dings ja kommen noch normale treppen rauf und dann passt das verwirrt ist ja ja ich bin mal schon die schaufel wir dann noch mal hört auf zu weinen ihr kleinen weiner und hört auf zu halten ihr kleinen hater keiner mag euch nicht einmal eure mami ich glaube wenn ich das so hoch mache sollte das doch reichen moment akzeptabel und da ist wieder der rettungsschubschrauber zum glück habe ich das fenster zu das ist wirklich immer so wenn du aufnimmst immer ich bin es ist auch wenn ich nicht aufnehme ich bin hier so was von der einflugsschleise von rettungsschrauber so hier kommt eine dachterrasse nun bei jetzt gerade auch bei mir weiter weg was hör so ist ja toll es wird nach das heißt ich darf nicht noch mal in der dachterrasse arbeiten ja passt schon bisschen licht schadet niemandem so 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 jetzt muss ich nur wissen wie ich auf der anderen seite durchbrechen das muss ich einen neuen deck auswählen jetzt tausche ich mal ein bisschen was um und dieses standard kommentierte gameplay wo man nur sagt was man gerade tut das so verdammt interessant ist ja jetzt einfach eine fackel und sagt dann ich habe eine fackel gesetzt nicht besinge du sagst zwar was du tust aber um schreibst es mit anderen wörtern zum beispiel mit zum beispiel was immer zonk wenn du gerade einen stein aber so zonk 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 und so ein scheiß ne und dann mache ich bonk 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 wenn ich was dran bohren nein das machst du wenn du von einem scout geschlagen wirst so buddell 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 dann mache ich peng nicht die komplette so pang penge die plüte weiß das ist so voll ohne warte so ein paar ein paar engel ping penge die 1 2 3 4 5 von ping pong das andere 1 warum ist auch meine musik aus ey ping pong ping pong na komm meine läuft da kommen klein tick lauser passt ja musik ist wieder da ich bin und fünf und auf der höhe müsste ich jetzt irgendwie rauskommen so 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 tatsache da komme ich wirklich raus so so das passt muss ich nur gucken wie ich halte und dann kommen über der ersten schon what the fuck au ok also der tower geht da doch ganz schön gut hoch ja aber türme zu bauen in minecraft ist sowieso toll so damit die netten viewer auch was sehen können fackeln und so nen scheiß nicht lang rum nicht lang fackeln ja nicht lang rum fackeln solche witze werden auch nie witziger nie witziger aber auch nie alt da sind schon wieder zwei creeper wenn ich jetzt feil im bogen oder eine shotgun hätte hatte ich hier nicht noch vorhin eine selterflasche stehen so ein scheiß oh fu der creeper hat mich fast gesehen glaube ich ich brauche leitern ich brauche leitern äh 3 sind noch in der ne 7 sind noch in der holzkiste ne sind schon weg oh 7 waren mal in der holzkiste ich weiß ich weiß ich wollte 38 leiten sollten reichen alalalalalala ich will du auch von sowas mit dem fallen machen ähh wenn du triffst also ich würd's machen ich bin eigentlich kein fan davon dass viel zu riskant ist Ja, du hast ja auch noch eine andere. Solange du irgendwann Diamantschuhe hast, dann kriegst du eh kaum noch Fallschaden. Irgendwann in ferner Zukunft. Oh, ein Skeletti. Eine Skeletti-Letti. Glüppsch. Oh, meine Schoffel ist... Ich hab schon wieder eine Schoffel verbraten. Oh. Oh, Schoffelverbrauch. Oh, Schoffelverratenwiese, ne. Ich glaube, für Licht habe ich hier oben erst mal genug gesorgt, dass ich hier nichts spawnen kann. Da klatsche ich eine Holzfassade gegen. Du hast da einfach so weiter weg. Na, okay, du siehst den Zombie bereits. Was tue ich? Du hast den Zombie gerade nicht gesehen. Ich sehe hier gar nichts. Aber er hat dich gesehen. Ach, John, jetzt kommt ein Zombie hoch. Oh. Ne, er hat dich gesehen, aber er kommt nicht hoch, da eine Mauer im Weg ist. Hehehe. 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 Das ist lustig von hier aus, dich zu beobachten. Komm, spielen! Scheiße, er hat dich getroffen. Oh, er ist durch den Fallschaden gestorben, der Arme. Oh. Eine... Eine Schweigeminutin wegen dem Zombie. Okay, das reicht. Stopp. Ja, sehe ich auch so. So, jetzt habe ich hier eine Zweier, ne? Heyo, passt. So, hier kommt so eine Dachterrasse hin oder so, was ähnlich ranziges hier. Ja, so in etwa würde ich das machen. Dann... Ja, wie mache ich weiter? So, so. So, so. So, so. So, so. Hm. So, so. Check-in-Hotel wird, dann braucht man hier ja definitiv eine, äh... So, so, so. Reception. Eine Reception. Ach genau, ich muss ja wieder sagen. Bang! 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 Ja, ja, hier kommen die, äh... Hier fallen die Kobbels Schlag auf Schlag. Da-da-disch! So, damit es auch fast ein bisschen nett aussieht hier. Da kommen so Jack-o-Laternen rein oder so ein Mist. Ja. Kommst du die Suche? Bing, bing, bing! Hehehe. Und dann, sag ich mal, geht das dahinter gleich weiter mit so einer... So, die Stone-Slabs habe ich dabei. Hm, mit so einer Tür mache ich hier weiter. Ich kann mir das alles noch gar nicht richtig vorstellen. Ich habe so lange nicht mehr Häuser in einen Berg reingebaut. Oh, warte mal, ich glaube, ich reiße das Ding auf. Wir haben hier so einen großzügigen Gang in der Mitte. Ja, die Tanne sind sehr ärglich gut. Ja, die Tanne sind sehr ärglich gut. Aber dir, bei dir macht es auch Spaß immer zwischendurch zu luschern, wie weit du bist. Hm, hm. Sind die Löcher Absicht? Wie man jetzt bestimmt echt lustig aussieht. Ja, ich sehe immer nur deinen Namen da durchfetzen und ich sehe, ich merke gerade, der Mond ist voll die Raute. Wut da, hä? Ja, er ist nicht rund. Keine Blasphemie. Nein, er meinte gerade was anderes. Ich bin hier einfach am Bauen und sehe einfach nur aus meinem Fenster heraus einen Blitz. Schieß! Äh... Ja, jetzt brauche ich mal eine Überblick. Am liebsten würde ich jetzt fliegen, aber... Kann ich da mit der Map irgendwas machen? Den Donner hat man jetzt in der Aufnahme gehört. Ich habe ihn nicht gehört. So, hier kann ich natürlich richtig viel erkennen auf der Karte. Map, was haben wir denn? Heiden Minimap. Dynamic Lightning... Terrain Deep... Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Äh... Freeding? Zack, zack, zack. Cave Mapping. Nee. Cave Mapping ist asozial und unfair, da kann man Höhlen erkennen, das ist scheiße. Alalalalalala, ich bin tot. Ja, sucks to be you. So, das reicht mir als Map. Muss ich kurz warten, bis es Tag ist. Äh, die Sonne geht gerade auf. Ich weiß. Aber das hier ist dann voll die schöne Terrasse mit Blick auf Sonnenuntergang, in diesen schwebenden Dreckbalken da hinten. Und deinen wunderschönen Turm. Ist ja echt so schön. Noch nicht. Weil da noch diese komischen Lächer sind, ne? Ah, Skelett is hunting my ass. Ah, yes. Oh, oh. Oh, welch poetische Gegebenheit und Situation... Ah, da könnte man aber auch was gut reinbauen. Welche Poesie der Gegebenheit, dass hier oben auf diesem Berg ein Creeper ist. Boom. Der explodiert. Boom. Boom. Hier war noch einer. Der hab ich nicht gesehen. Das hat man auch so überhaupt nicht gehört. Nein. Ha, ha, ha! Schiii! Äh... Da ist mein Glav, da sind meine Kobblis dich brauche... Oh, da guckt mich ein Creepy an. Ja, dich jage ich jetzt nicht, du Nudel. Nudel, 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 Nudel. Also hier habe ich im Prinzip eine Breite von 5. Da könnte man so einen kleinen Auslauf machen und hier in so ein Penthouse rein. Ich könnte mich da ja... Ah, Creeper. Ich könnte mich da ja einfach mal reinbuddeln. Hier kommen dann Zimmer rein auf die Ebene und da drüber kommt dann das Penthouse. Ne, ich dachte schon. Ach, scheiß drauf. Geronimo! Fallschaden ist was für Weicheier.